Der Mensch kann ja alles, was er ernstlich will, insbesondere der deutsche Mensch, und wie Merkel so richtig sagt, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Deswegen will ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie man allein durch seelische Energie fliegen kann. Da muss man also ... Merkel, Merkel, hilf! Nee, das wird nicht so gefährlich. Ich bin jetzt, ich komme jetzt gerade zurück, bin ein paar Runden geflogen, das sieht man noch, da ist ein Ast geklickt, war ein bisschen schnell, bin ein paar Runden geflogen und jetzt ist also wieder da. Man kann da auch Drohnen zu Hilfe nehmen, das ist aber der spätkapitalistische amerikanische Weg, nicht der idealistische deutsche Weg ist schon allein durch Willenskraft. Sie müssen aber, damit sie etwas leichter sind, ist es besser, sie geben also ihr Geld und ihr ganzes Vermögen der Flüchtlingshilfe und dann sind sie auch sowieso schon fast schwerelos, sagen alle indischen Weisheitslehren und so das Geld dem Guru geben und dann sind sie bereit für die nächste Stufe. Es gab hier mal eine Sektenpartei, die auch wirklich zugelassen war zur Bundeswahl. Die lehrten dieses, ich nenne es jetzt mal, syngetisches Fliegen. Die setzten sich also hin und allein durch Willenskraft erhoben die sich so und schwebten so umher. Die zeigten es auch im Fernsehen und das konnten aber jetzt nur die eine Stufe höher waren und damit sie zu einer Stufe höher kommen, müssen sie dann schon mal ihr Vermögen dem Guru geben, dann fühlen sie sich auch ganz leicht und dann geht es mit dem Fliegen. Sie können aber schon mal üben, also sich so hinsetzen und ihr Vermögen abgeben. Das ist der erste Schritt und ich garantiere ihnen, das wird fliegen im Sinne von dem alten Herrn Bartels in Schleswig-Holstein. Ich gebe ihnen mein Ehrenwort. Sie können dann fliegen, wenn sie das also so beherzigen. Merkel selbst nehme ich das gar nicht übel. Ich kenne viele kinderlöse Mutter und das ist furchtbar. Ein furchtbarer Schicksal, die leiden und kommen da nicht drüber weg. Merkel macht das, indem sie also uns offensichtlich muslimische Kinder ans Herz drückt. Und das ist ihr Beitrag zu Deutschland. Eigene Kinder kann sie nicht kriegen. Bei einem solchen Amt muss man sich sowas schon gefallen lassen, dass diese Gedanken aufkommen. Und ich kann nur sagen, es ist eine grauenhafte Sache. Viele, viele Witwen, die also bisher nichts anderes zu tun hatten als Kuchen essen. Es ist ja nicht so richtig abendfüllt. Die gehen jetzt also hin und helfen den Flüchtlingen. Haben also eine Lebensaufgabe, sind glücklich und so. Mittlerweile im Krankenhaus, also Selbstpflegefall. Aber zunächst mal ist es also ein großer menschlicher Impuls. Statt Kuchen essen, also anderen Leuten was zu essen geben, ist natürlich etwas befriedigender. Und im Augenblick sieht man also, wie viele Deutsche ihre Zeit bisher damit verbracht haben, sich selber als Fett zu fressen. Leider sieht man bei den Helfenden zu wenig Leute mit diesem Bauch oder so. Das würde dann schon einen gewissen Sinn machen. Viele wollen dann, dass Deutschland bunt wird. Und das wird es auch. Also wenn Sie sich also vorstellen, wir sollen ja jetzt mehr beten. Und die Kirchen werden also knackervoll sein. Und dann kommt also der kleine IS-Mörder. Und der macht dann so eine Ups, I did it again. Wirft dann also eine Bombe in diese gläubige Gemeinschaft. Und das ist ein herrliches farbenfrohes Bild. Das ist dieses Gold, dieses Gold der alten Bilder. Und die Farben aus den Kirchenfenstern mit Blau. Und dann dieses frische Blutrot. Und dann dieser etwas absurde Tanz. Ganz modern, wo die Leute so auf dem Boden rumkrabbeln. Und dann auch nur akustisch so Urmusik machen. Also Schreie. Und das ist ja eine Urmusik. Das ist ein, man kann sagen, ein Happening. Ein Kunstwerk. Und das ist richtig bunt. Und man könnte das dann auch zur Biennale oder so. Oder Documenta in Kassel als Kunstwerk da präsentieren. Auf jeden Fall. Das ist schön. Diese Leute, das sind Märtyrer. Das sind Märtyrer für Merkels Idealismus. Es ist ja eine idealistische Frau. Es ist ja kein Zweifel. Und die hat keine Kinder. Und irgendwie über die Hysterie ist also entsprechend das schon. Von... 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 Von Zwift. Über das Schlaf in der Kirche. Merkel, Merkel selbst nehme ich das gar nicht übel. Ich kenne viele kinderlöse Mutter. Und das ist furchtbar. Ein furchtbares Schicksal. Die leiden und kommen da nicht drüber weg. Merkel macht das, indem sie uns offensichtlich muslimische Kinder ans Herz drückt. Und das ist ihr Beitrag zu Deutschland. Eigene Kinder kann sie nicht kriegen. Bei einem solchen Amt muss man sich sowas schon gefallen lassen. Dass diese Gedanken aufkommen. Und ich kann nur sagen, es ist eine grauenhafte Sache. Viele, viele Witwen, die also bisher nichts anderes zu tun hatten als Kuchen essen. Ist ja nicht so richtig abendfüllt. Die gehen jetzt also hin und helfen den Flüchtlingen. Haben also eine Lebensaufgabe. Sie sind glücklich und so. Mittlerweile im Krankenhaus, also Selbstpflegefall. Aber das... Zunächst mal ist es also ein großer menschlicher Impuls. Statt Kuchen essen, also anderen Leuten was zu essen geben, ist natürlich etwas befriedigender. Und das ist... Im Augenblick sieht man also, wie viele Deutsche also ihre Zeit bisher damit verbracht haben, sich selber als so fett zu fressen. Leider sieht man bei den Helfenden zu wenig Leute mit diesem Bauch oder so. Das würde dann schon einen gewissen Sinn machen. Guckt mal etwas hin, dann erkennt man schon, das handelt sich um Superman, der da heranfliegt und der mit seinen magischen Kräften einwirkt, schon auf einen Bösen. Das ist nun wirklich ein grässlich, böses Gesicht, aber eben mit den Mitteln moderner Malerei dargestellt. Und hier nur angedeutet, eine blonde Frau, die also offensichtlich von den bösen Menschen bedroht wird und von Superman gerettet wird. Und das ist eben eine moderne Malerei, während also Lichtenstein, wird ja hoch gehandelt, im Grunde ja nur die Zeichnung, die Comics ästhetisiert, eine Art Jugendstil draus macht. Das ist also eine bessere, das ist eine wirkliche Umsetzung in eine moderne Malsprache und in wunderbaren, kraftvollen Farben gemalt. Ein Bild von 2007 und ein wirkliches Beispiel, wie moderne Mythologie, das ist ja, Superman ist ja also moderne Mythologie, in moderne Malerei umgesetzt wird. Es gibt Superman-Darstellungen aus Plastik, ganz realistisch nachgemacht, der Superman-Körper, wie er in eine Mauer hineinfliegt. Also man sieht nur den Hinterteil von ihm noch ausragen oder er kommt aus einer Mauer herausgeflogen, er kommt, da sieht man nur das Vorderteil. Das ist zwar mit großem Aufwand gemacht, aber doch nichts als ein primitiver, ein primitiver Gag, aber dafür werden Millionen hingeblättert. Aber wenn einer das haben will unbedingt, dann soll er doch. Das ist auch mit großem Aufwand gemacht. Und dann soll er dieses Mal anboden. Das ist ja, ich hab das. Naja.